Herzlich willkommen an alle Zuseher über YouTube und herzlich willkommen an alle Zuhörer über die Podcast-Plattform. Wir haben heute ein Interview und zwar mit Richard Windisch. Richard ist 24 Jahre alt, spielt am rechten Flügel, Verteidiger im Mittelfeld, werden wir gleich herausfinden. Und zwar bei der Wiener Viktoria, so jetzt habe ich es, in der Regionalliga Ost, das ist die dritte Liga in Österreich. Herzlich willkommen, Richi. Guten Abend, hallo Servus, danke für die Einladung. Danke für die Zeit. Wir starten eigentlich immer mit der ersten Frage und es ist die gleiche Frage. Wie war das Fußballspielen für dich als Kind? Weil da ging es ja nicht um Geld, da ging es nicht um Erfolg, um Anerkennung. Da ging es wirklich ums Fußballspielen. Ich habe herausgefunden, dass du 2001 mit fünf Jahren bei Ankerbrot begonnen hast. Ich muss aber mit auf die Reise. Wie war der Start? Wie war der Start? Also ich komme generell aus einer Fußballerfamilie. Also mein Papa hat Fußball gespielt, Opa, meine beiden Onkel, meine Mama sogar hat gespielt bei der Wiener und beim Sportclub. Hat auch kleinen Beruf und glaube ich ins Nationalteam bekommen damals. Und ja, keine Ahnung, ich bin halt einfach aufgewachsen mit dem Ball. Und ich habe dann einfach selber zu meinem Vater gesagt, hey du, ich will Fußball spielen. Und mein Bruder auch dann, also der ist ein Jahr älter als ich. Und Ankerbrot war halt ziemlich in der Nähe, gleich beim Horchstadion damals noch. Und ja, sind wir halt gemeinsam raufgefahren, waren in derselben U sogar. Und ich glaube bis zu zwölf oder so war ich immer bei den 95er-Jahren dabei, als Jüngerer immer. Und ja, so hat es halt damals begonnen, beziehungsweise natürlich im Park auch immer. Das war immer geil, da rausgegangen, einfach gespielt und ja, das war es dann halt auch. Das ist halt so die Kindheit, wie man es halt kennt. Man kommt von der Schule nach Hause, zieht sich um, geht raus und that's it. Ja, sehr cool, sehr cool. Mit zwölf Jahren bist du dann gewechselt in die Jugend von Favoriten AC und dann auch in die Jugend vom SV Schwächert. Beim SV Schwächert hast du auch dein Debüt im Erwachsenenfußball gegeben. Wie war das damals? Nimm uns nochmal mit. Wie war das damals? Also ich war ja, glaube ich, sieben oder acht Jahre bei der Schwächert. Oder, glaube ich, fünf oder sechs Jahre, also auf alle Fälle eine lange Zeit. Und der Sprung war halt eh über die 1B, beziehungsweise U18. Und damals auch mein Trainer, der Mandel Christoph, hat halt auch viel Wert auf mich gelegt, beziehungsweise hat man auch die Rutsche gelegt dann zur Kampfmannschaft. Durfte dann, glaube ich, mit 18 von oben mittrainieren. Habe aber natürlich keine Rolle. Ich spiele auch, weil zwei Standard-Riener-Verteidiger da waren. Und das halt meine Position ist. Ja, habe halt dann leider verletzungsbedingt ein bisschen pausieren müssen. Bin dann zurückgekommen, habe meine Leistung gebracht und, ja, habe dann eine gute Vorbereitung gespielt. Und dann hat der Trainer gleich gesagt, damals der Peter Benesch, er setzt auf mich und da habe ich spielen lassen. Und so war das da im Anfang. Das war natürlich ein bisschen eine Umstellung, wenn es ein Spiel ist gegen Erwachsene, als, sage ich mal, als 19-Jähriger. Da geht es schon ein bisschen anders zu. Ja, ja. Weil du gesagt hast, Innenverteidiger ist eine Position. Ich habe Nachschied auf dem Transfermarkt.at. Da steht du bis am rechten Flügel. Haben sie dann plötzlich erzählt? Ja, nein, die schreiben da irgendwann irgendwas rein. Also ich bin Innenverteidiger auf alle Fälle. Ich weiß, es steht zwar rechts, aber ich bin Innenverteidiger als Sechser. Okay, na gut, da werde ich mal ein paar Transfermarkt anrufen und hinschreiben, weil das ist ja ein Skandal. Na cool, im Sommer 2017 bist du noch Eich Graben gewechselt mit 21 Jahren, ein halbes Jahr später im Jänner 2018 zum Mauerwerk und ein halbes Jahr später zur FC Stadt Blau. Also in einem Jahr drei Vereine. Was war denn da los, Ritsche? Was war da los? Naja, das Thema war halt beschwächert. Also ich vergleiche meine dritte Saison in der Regionalliga. Ich hatte dann leider eine Schambeinentzündung. Also das ist der Horror für jeden Fußballer. Da fällst fünf Monate aus und da kannst du nichts machen dagegen. Habe das dann halt überwunden. Beziehungsweise die Thematik war halt dann mit der Schwächert, wir haben gegen einen Abstieg gespielt. Und die Saison war dann halt aus und ich wurde halt gefragt, wie jedes Jahr, ey du, was machst du nächste Saison? Sag ich, du, ich sage dir dasselbe wie jedes Jahr. Ich möchte Regionalliga spielen und wenn wir absteigen, dann möchte ich den Verein verlassen. Und ja, daraufhin hat es dann auch einmal geheißen, nein, du, wir können das diesmal nicht machen. Und ja, es war halt dann schwierig, einen neuen Verein zu finden und ich habe dann halt die Entscheidung gefasst, dass ich zu meinem Onkel gehe, nach Eichgraben in die zweite Klasse runter, mich dort ein bisschen aufbaue wieder ein halbes Jahr. Und der hat mir dann natürlich auch zum Glück, und da bin ich auch dankbar, dann die Rutsche gelegt, zum Volkan Karaman, zum Mauerwerk, oder Karawach haben sie ja damals geheißen. Ja, stimmt. Und der hat mir einfach die Chance gegeben und ja, bin halt dann hinkommen zum Training, habe mittrainend dürfen eine längere Zeit und der Karaman hat dann gesagt, den Ritsche nehme ich dazu. Beziehungsweise war ich da dann auch ein bisschen wieder blöd gelaufen, weil das Thema ist bei mir, ich weiß nicht warum, aber ich bin halt leider sehr oft angeschlagen oder verletzungstechnisch bedingt. Und dann gab es einen Trainerwechsel, der Hans Kler ist gekommen, hat mich aufgestellt als Zehner, obwohl ich ja immer Verteidiger bin und ich habe mir natürlich schwer getan. und ich habe zu ihm gesagt, ja, für alle Respekt, aber ich tue mir ein bisschen schwer. Ja, war halt dann klar, es war schwierig auf dieser Position, mich zu zeigen und man muss auch sagen, der Kader bei Karawach war halt extrem stark. Also, da waren lauter Ex-Profis. Aber für alle deutschen Zuseher und für alle deutschen Zuhörer, Karawach war ein Verein, der aus dem Nichts gekommen ist mit sehr starken finanziellen Mitteln und dann Spiele eigentlich jedes Jahr ausgetauscht hat, weil sie einfach sehr viel Geld hatten und die Qualität war sehr hoch. Spielen auch in der Regionalliga Ost jetzt, im Mittelfeld glaube ich mit und haben auch Ambitionen, in die Bundesliga zu kommen. Also, das ist ein Verein, der sehr hohe Maßstäbe setzt. Genau, richtig. Ja, und ich war halt einfach nicht gut genug und kann man auch so sagen in diesem Zeitraum und ich habe mal einen neuen Verein suchen müssen. Ich habe dann bei Stadlau angerufen. Ja, der Trainer hat gesagt, du, komm vorbei auf ein Training. Du bist selber angerufen? Ich habe selber angerufen, ist sicher. Oh, geil, geil. Also, ich hatte, bei Spächer zum Beispiel hatte ich eh einen Manager, den kennt man sogar, den Edi Glieder. Ah, ja. Edi Glieder kennt man, weil er will in Euro, Edi. Es war halt schwierig. Ich war, glaube ich, zwei Jahre bei ihm unter Vertrag. Es war halt das Thema, er hat gesagt, er kann mir nicht wirklich viel was machen in der Regionalliga oder halt woanders. Wir haben halt nur wie einen Abstieg gespielt. Er hat zwar jetzt immer Zugschaut bei dem Match, er hat gesagt, du, deine Leistung ist in Ordnung und du könntest sicher woanders spielen, nur ich tue mir halt schwer, dich irgendwo hinzugeben, die sagen, erst schaff die Tabelle, der kann als in der Verteidiger nicht gut sein und dann hat sich das eh erledigt mit der Verletzung und da muss man halt das Zepter selber in die Hand nehmen und aber anrufen. Ja. Genau, genau. Du bist dann zu Stadtlau gekommen und da war es ein Jahr. Wie war das Jahr an sich? Wie war es da gefallen in Stadtlau? Also ich kenne Vereinen jetzt nicht ziemlich gut, aber viele Leute, die von Stadtlau kommen und die berichten eigentlich alles sehr positiv über das Klima, die berichten sehr positiv auch über die Arbeit und über die Professionalität und ja, wie musst du einmal mit? Wie war es da in Stadtlau? Das Jahr war sehr durchwachsen, sage ich einmal. Von der Qualität her war es für mich ein Schritt nach vorne, auf alle Fälle, weil ich auch gespielt habe. Es war insofern durchwachsen, weil ich auch ein bisschen ein Hitzkopf bin und auch mein Ego ein bisschen auch im Weg stand und der Trainer auch ein kleiner Hitzkopf war, der Sly. und ich natürlich leider Gottes mich mit ihm angelegt habe. Ja, daraufhin hatte ich... Immer schlechte Idee. Immer schlechte Idee, ja, aber man wird ja älter. Man wird ja älter und lernt ja auch daraus. Und man am Anfang habe ich gespielt, dann war ich leider wieder verletzt, dann war ich kurz in 1b, glaube ich drei oder vier Wochen und dann habe ich wieder reaktiviert sozusagen und habe halt dann an und für sich alles gespielt, weil er einfach gesehen hat, du, der hilft uns hinten schon und, ja, aber so von dem her war es halt ein Auf und Ab. Und dann ging es zu 12, Axting, war das wegen im Bundesheer? Nein, das war auch ein bisschen strange, also ich hatte auch noch für sich schon einen Deal in der 1. Landesliga und am letzten Transfertag haben sie halt versucht, mich mit dem Geld zu drücken und haben gesagt, du, ich werde mir nur die Hälfte zahlen, was ich auch, ja, war halt auch nicht so leihwand, obwohl er schon ausgemacht war. Ja, ja, ja. Und ich habe gesagt, du, aber ich habe viel Ostliga-Match, aber für das Geld mache ich das nicht, da sind wir nicht böse. Und es ist halt schwierig, am letzten Transfertag auch was zu finden und bin halt wieder ein halbes Jahr nach 12 Axtingern bei meinem Onkel Lord war. Mhm. Der hat auch die Zeit wieder sinnvoll genutzt, hat viel für mich alleine gemacht und, ja, das war es eigentlich schon. Dann ging es auch im Jänner jetzt dieses Jahr, von diesem Jahr, von diesem Jahr zu Wiener Viktoria und da fühlst du dich wohl, oder? Ja, ja, also die Mannschaft ist top, wirklich geiles Klima, ohne Scheiß. Also ich habe jetzt schon ein paar Mannschaften durch. Mhm. Das Thema war halt leider, oder ist jetzt leider, das Training, also das Training ist einfach so, wirklich hart. Also wir laufen so viel, also ich kenne das gar nicht, vor allem am Kunstrausen, vor allem am Kunstrausen, diese eineinhalb Stunden Läufe, Intervallläufe, danach machst du ein Match. Das geht an die Substanz und, ja, man muss jetzt eh schauen im Winter, wir waren viele verletzte, angeschlagene Spieler, ich natürlich leider auch wieder dabei. Wirklich, okay. Was war jetzt schon wieder? Zerrungen, Zerrungen, also Übersäuerung, Zerrungen, ich habe verletzt auch gespielt, was auch ein Fehler war, dann spielst du natürlich nicht so gut. Ja, müssen wir schauen, wie wir weitertun, aber schauen wir mal, was sich ergibt, beziehungsweise wo die Reise hingeht, ob ich bleibe oder ob ich weggehe, weil mein Vertrag rennt noch bis Sommer. Mhm, mhm. Ja. Okay. Ich habe ein bisschen angerufen, aber schauen wir mal. Mhm. Ja, das ist mit Verletzungen so ein großes Thema, weil natürlich wird so 95% im Kopf gespielt und bevor eine Aktion mit dem Körper stattfindet, wird die Aktion im Kopf freigesetzt. Und kann es natürlich sein, dass da Sachen drinnen sind, die im Vorhinein schon passieren, bevor die Verletzung passiert. Also es kann natürlich sein, dass man sich das vorprogrammiert. Also ein anderes Beispiel, wenn man einen Spieler gehabt hat, der war wirklich von 12 Monaten im Jahr an 9 Monaten verletzt. Wie ich ungefähr. Okay, okay, okay. Und da habe ich mit einem drüber geredet und dann hat er gemeint, ja, es liegt einfach daran, ich weiß, es passiert. Und da habe ich gesagt, ja, wenn du weißt, es passiert, dann tust du das selber schon vor Verzeihung, das passiert. Weil die Idee geschieht immer deinem Fokus. Fokus ist immer gleich Ergebnis. Und jetzt sage ich nicht, dass es bei dir genauso ist, aber definitiv ist es so, dass da im Kopf was stattfindet, was vielleicht eine Blockade ist. Deswegen ich frage an dich, was hältst du generell von Mentaltraining beziehungsweise was haltest du von Kopftraining und ständig seine Persönlichkeit weiterzuentwickeln? Ich halte es sehr, sehr viel davon. Ich halte es wirklich sehr, sehr viel davon. Nehme ich auch aktuell, also ich habe jetzt hier auch schon geschrieben mit dem Talibor Ostowitsch, den kennst du glaube ich sogar auch. Sehr gut, das machen wir, ja. Wie das toll reagiert. Also bei dem werde ich jetzt demnächst dann auch unter die Coachings reinfallen. Beziehungsweise nehme ich bei der Cash Academy auch teil und da geht es halt eben auch darum, Blockaden innerlich aufzulösen und so quasi eine Bedienungsanleitung für sich selbst und da konnte ich schon sehr, sehr viel mitnehmen. Also das mache ich glaube ich seit April oder Mai vor allem. Man fühlt sich frei einfach. Also es ist dieser Druck, dieser innere Espekt und ich habe es noch gemerkt, wenn ich einmal gescheit spielen konnte, wo ich frei von Verletzungen war, dass es einfach ganz anders ist. Ich schlafe auch viel besser. Ich schlafe auch viel besser, also es hat sich auf alle Bereiche positiv ausgewirkt. Man glaubt. Andali kann ich nur weiterempfinden. Also es ist ein Top-Mensch und ein sehr, sehr guter Coach und der wird eine ganz, ganz große Karriere machen und du bist definitiv in guten Händen. Richi, was hältst du von einem kurzen Wort-Rap? Ich beginne einen Satz und du hast zwei bis maximal drei Sekunden Zeit für Antwort. Ja, passt. Schauen wir mal. Okay. Ich bin ein Psychopath. Fußball ist? Vieles, aber nicht alles. Familie ist? Etwas Privates. Darüber möchte ich nicht sprechen. Okay. Corona ist? Porsche. Lieblingsmannschaft? Lieblingsmannschaft am Liverpool. Lieblingsspieler? Lieblingsspieler? Es gibt mehrere. Es gibt mehrere. Mats Hummels finde ich ganz gut. Thiago Silva, Lucio damals. Fabio Cannavaro natürlich auch. Ja, sind es so. Lieblingsspieler? Lieblingstrainer? Jörg Klopp. Entweder oder. Geld oder Erfolg? Schwieriger auch. Die Zeit ist eh schon um. Erfolg. Anerkennung oder Entwicklung? Entwicklung. Ohne was würdest du besser leben? Auto oder Handy? Na ja, da ich kein Auto habe, fällt mir das Handy. Okay. Eine Fahnschlage. Fußball oder Job? Auch schwierig. Auch schwierig. Zeit ist um. Zeit ist um. Schwierig. Es kommt darauf an, wo man spielt und wo man ihn möchte. Also ich habe schon dreimal meine Arbeit gekündigt und gesagt, ich wäre Profi und dann war ich immer verletzt. Also ich habe schon alles riskiert und werde es auch wieder riskieren. Also derweil. Ja, ich bin noch jung. Okay. Also sagen wir Job. Tendenz ist eher ohne Job. Okay. Und letzte Frage. Das Jahr 2021 wird? Hm. Volle Überraschungen werden. Schätze ich. Okay. Okay. Na, ich bin gespannt. Hoffen wir es. Auf jeden Fall wird es besser als glaube ich 2020, oder? Das sowieso. Das ist nicht schwer. Ritschi. Danke dir für die Zeit. Danke für die Energie. War richtig, richtig cool. Willst du irgendwas noch loswerden? Willst du noch irgendwas auf den Weg mitgeben, den Zusehern und den Zuhörern? Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Schaut, dass ihr euch nicht verletzt. tut alles dafür, alles Menschenmögliche, dass man fit bleibt. Glaubt an euch selbst. Lasst sich anderen reden. Stellt eure Ego oftmals auch hinten an, auch wenn es schwer ist. Auch für mich sehr, sehr schwierig ist. Und... naja, und... dann wird schon alles kommen. Sei zielstrebig. Mach einfach. Glaub an dich und das war's. Sehr cool. Danke dir, Ritschi. Danke für die Zeit und danke, dass es dich gibt. War richtig cool. Bitte, bitte. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.